Gegen Kumba, Bruder. Brauchst keinen Blinkholz. Pre-Made? Okay. Die sind Pre-Made, die wir haben verloren. Ich tue das jetzt mal nicht weiter ausweiten, sonst mucken sich hier auf einmal alle an. Schwärst du. Was geht eigentlich da drüben? Guan Yu Invade? Okay, die Moja kommt einfach gar nicht. Ja, und mein Guan Yu denkt, der kann invaden als Guan Yu. Solange er die invadet, invaden die mich nicht. Ist mir eigentlich egal. So ein Hund, Digga, wenn ich das schon sehe, ich würde ihn ein bisschen beleidigen, die Schwester. Ja. Guck mal, dein verfolgt er den auch noch, Alter. Ja, mein richtiger Hund. An sich sollten wir jetzt aufgeben. Der Zenunos fehlt rechts, wahrscheinlich macht er den Red Buff. Ich helfe euch nicht, Digga. Ich unterstütze keine Invades. Ich würde auch die Lanes sogar komplett scheißen finden. Obwohl, Anubis hat ja nicht invaded. Egal, ich kriege mehr Farben auf der Donne. Das ist ja das Krasse, ne? Du kriegst so viel Farben. Ja. Au. Außer die fangen an, Lastes zu machen, dann ficken sie mich halt. Das Gute ist, dass sie das nicht machen. Tja, trotzdem nicht drauf. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Guck mal, was haben die jetzt? Ja. Und es hat jetzt was gebracht, Digga. Gar nichts. Du hast da Invade? Ja. Ah, schon viel, Alter. Ah, guck mal, sie geht zu meinem Speed-Buff. Sie geht zu deinem Speed. Dann gehe ich zu ihrem Speed-Buff, ist mir egal. Kommt er aufs gleiche raus. Achso, die wird von Minions verfolgt, die geht, guck mal. Achso. Nein, Digga. Oh Mann, die Arme. Was heißt hier, die Arme? Und mein Support stirbt gerade. Nice. Die Surkate ist immer noch da. Okay, wer mehr Invaded gewinnt. Ja, Digga, ich bin gerade nur bei denen im Jungle gewesen. Das ist die Schönste. Aber egal, guck mal, wir haben noch den hier im Blue bekommen. Ja. Was Online-Modus war, das Geilste vor allem, wenn du Hacken-Bastard-Chinesen gewonnen hast. Okay. Warte, es gibt Online-Modus bei Marika? Also bei der Wii wusste ich nicht. Aber wir spielen ja auch immer nur eins gegen eins eigentlich. Regenbogen. Wir spielen nur Regenbogen-Level, der Rest ist eklig. Nein. Ich ult von hinten durch. Okay, wir haben hier gerade eine Wave. Aber, geh, geh, geh. Wo sind die? Die gaben gerade hier. Okay. Ah, da ist. Das ist ja nur los. Easy. Brauch'n nicht mehr los. Easy. Wächst jetzt, man. Nein. Ja, ich wollte auch die giveaway spielen. Oh. Ach, verdammt. Ach so. Ah, okay. Oh, wieso wurde es ausgeschaltet? Haben sich zu viele Leute aufgelegt? Hey, die Wii ist so alt, weißt du? Die Wii ist locker sieben, acht Jahre alt. Daran denk ich gar nicht, Digga. Wie alt die ist halt eigentlich. Das war so das erste, was du so mit Move-Shit gemacht hast. Ja, Mann. Ich glaub, ich weiß noch, ich hab die ganze Zeit so ein Golf-Spiel gefühlt auf der Wii, dann glaube ich. Oder so Frisbee und sowas. Quatsch, nice. Elf Jahre alt. Klasse, Digga. Elf Jahre schon. Ich habe noch mitgemacht. Ja, genau. So. Okay, literally all of my teammates... Äh, äh. Der 10.00 hat keine Wits, keine Beats? Ja, der ist tot. Okay. Oh, ist okay das hier. Sie hat nichts getroffen, die Arme. Nein. Ich komme. Ich nehme noch weg. Danke. Danke. Wie, Paul, was labest du eigentlich aus dem Kontext so einfach so? Was kommt los? Keine macht den Drogen, Wie, Paul. Keine macht den Drogen. Tigger, was für ein Unterschied Samstag macht. Wir spielen schon sieben Minuten und ich habe keine Aggression. Ja, übel, Alter. Aber wir hatten schon einen Support Invade. Das ist schon... Ja, auf unserer Seite. Das stimmt. Macht es mich besser. Ja, ich weiß, es ist ehrenlos. Aber es triggert mich nicht so hart. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also gut, wir haben den 4-0 an den U, bis wir haben gewonnen. Hm. 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 Jetzt werde ich bestimmt geflamed, weil ich nicht rotiere. Was denn... Nein, ich mag... Smite. Ich komme bei Ulti down. Okay. Gank. Brauch nicht. Die Sir Cat gammelt da unten bei deinem Speed? Ja, die Spam Speed. Wir bergen dort. Hm. 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 Ja. Ja, Remoja ist mitlan. Oh, ist er gebacked? Ja, ist er gebacked, ja. Schade. Huh. Tuffman, wo ist deine geile Mucke? Oh. Oh mein Gott, war das knapp. Kritik. Oh, es ist okay, das ist in der Mitte. Los, Beats! Let's go, Baby! Oh mein Gott! Wenn jetzt dich töten... Das war genau so knapp. Oh, ich back mal. Die letzte Wave, das heißt ich werde hier sterben. Ja, der Klassiker. Was machst du schon wieder da? Ach, ich habe ihn nicht bekommen. Egal, dafür stimmst du. Es ist das gleiche wie, als hättest du den Speaker bekommen. Ich bin so schlecht, Digga. Das hat keiner gesehen, Alter. Das war... Der ist mit dem Lücken zu mir, ich treffe meine Eins nicht. Es gibt Crossplay, wenn die Leute Tastatur benutzen und Maus, ne? Sicher bin ich mir da nicht. Sicher bin ich mir da nicht. Also ich hätte nichts dagegen, wenn die Leute Maus und Tastatur benutzen, aber mit Controller Leuten will ich nicht im Crossplay Ranked haben. Ja. Kommst du zur Gold? Kommst du zur Gold? Ähm, ich habe eine Socket bei mir. Egal, die kannst du solo. Ich habe nichts mehr, Digga. Was heißt, ich kann die suchen? Easy. Du bist bei Spaß, Digga. Ja, was soll ich dir sagen? Du bist verloren. Cassie, die ist nicht mehr... Naja, ich schau grad, wo sie hingeht. Die weg, äh... Ja, die ist schon weg wahrscheinlich. Ähm... Äh, Ulti ist auf jeden Fall auch da. Mhm. Gummibären... Hüpfen hier und da und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst, das hilft die Gummibären. Tadadadadaa! So, kann mir noch was kaufen. Tadadadadaaaa! Ja, 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 ja! Ciao, Bruder! Das war mir eine Ehre. So. Oh, Tadadadadaa! Ciao Bruder! Die ist so getriggert, dass die jetzt einfach mein Speed-Buff invaded die ganze Zeit. Ah, fucking Minions. Ich werde den Kampf hier verlieren, weil ich keine Minions mehr habe. Oder auch nicht. Die sind so getriggert. Was ist eigentlich jeder auf meiner Lane, Digga? Alles klar? Ich habe einfach drei Leute hier gekriegt. Nice. Ich kann nicht klippen. Gute Frage. Wo ist der Hund? Im Tower. Keine Ulti. Keine Beats. Geht rein, geht rein. Ob wir den Tower kurz smacken? Ja, ja, den kannst du nehmen. Ich bin hier. Da ist Kumba. Hier bei dir. Ich lasse den nicht reifen. Ich mache einfach den Tower. Wir können Leiter pushen. Wo bist du? Kommst du? Ich bin bei dir. Willst du auf ihn oder auf Tower? Nein, auf Tower. Okay. Die brauchen in der Mitte wahrscheinlich dann eine Hilfe. Ja, habe ihn getroffen. Ja, er hat seinen Sprint auch benutzt. Wir könnten eigentlich Phoenix nehmen, ganz ehrlich. Okay, hier ist der nur noch. Aber nicht Phoenix nehmen. Ich brauche hier Hilfe. Amitrase Ulti. Mitte ist Zerkett. Ja. Ich bin tot. Ulti, nee, Combo Zerketta. Okay. Die hat mich auseinandergenommen gerade. Die lacht. Sie hat sich ausgelacht, Digger. Echt jetzt? Ja, Mann. Wie kann sie nur, Diggi? Ja gut, die hat mich auseinandergenommen. Okay. Die hat mir geschrieben. Was hat sie dir geschrieben? Fick, ich habe die mir geschrieben. Warte, ist das nicht einer unserer Zuschauer? Hast du, sie hat auf Deutsch geschrieben? Ja, ja. Haben wir einen Noah als Zuschauer? Nee, ich glaube nicht. Bin mir gerade auf und sicher. Auf jeden Fall war das unhöflich. Das war richtig unhöflich. Mahlzeit Butterkeks, willkommen. Alles fit. So, geh mal Feuer, der pusht jetzt mal rechts ab. Ja, ja, scheiß auf, wenn wir mal kurz Feuer. Ich habe schon Deathbringer. Ja. Ich habe schon Deathbringer. Ja, wenn du dich schaffen kannst. Ich habe Ulti. Gehty, bewahr aus, kann. Merk psychisch pro. ist es Gruppe? Wer kann nicht? So, ich werde hier weiter weg und ich sehe. Das war gelade. Ich habe nicht gedacht, was hat mir ist das? Ich mache nichts. Gut, glock zu Hause. Ich habe nicht nur mehr Gewerstees aus. Warte mal, lass mal mit Phoenix nehmen, das können wir noch nicht bänden. Keine Minutes, keiner tankt. Ich hab noch ne Ulti, falls jemand kommt. Der will nicht tanken, der Hund. Warum tankt Alou bis die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Ich glaub, weil der Guan Yu nicht tanken wollte. Er ist so ein Stück Scheiße. Ja, ich weiß. Wie lange brauchst du Hilfe? Ja, brauchst du noch 10-15 Minuten. Oh, der hat dich geklaut. Oh, mies. Hey Noah, was geht? Bruder! Bist du Sir Cat? Ja, ja. Schwule Invade, Scheiße. Ja, richtig schwul, Digga. Digga, wir haben den selbst beleidigt. Aber warum invadest du mich? Das ist keine Entschuldigung, Digga. Ja, ich geh weg. Aber hast du mich da gut auseinandergenommen, Digga? Hm. Ach, die wollen nicht surrender. Okay. Es steht 33, 9 ist halt schon. Ja, das wird mich aufregen, Digga. Ja. Ja, lass schnell beenden. Ja. Der Guan Yu, er spielt halt nur auf Kills. Ja. 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 Ja, ich binоло. Ich empfinde. Ja. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Mhm? Untertitelung des ZDF, 2020